1, 2, 3, 4 Nein, 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 so nicht! Ich sagte so nicht! Muss ja nicht sein. Baby mit Bart hast du noch nicht gesehen? Nie was von ihm gehört, klingt wie ein besoffener Profi aus Schweden. Sind Sie Italiener? Nein, Neapolitano. Du schläfst weiter, sonst gibt's noch einen Pferdekuss. Dann schlafe ich lieber. Er ist der coolste Typ der Welt. Muss man gesehen haben. Das ist eine Art von Schauspieler, die man heutzutage gar nicht mehr so findet. Konfektionsgolche? Die Elefantennummer. Er hat fünf Leben in einem gelebt. Er ist eine sehr gute Erore. Er ist wie ein Kind. Er lässt sich etwas machen. Er hat eine bestimmte Problematik am Divertimento. Ist das unnatürlich und du bist beim Zähnenbein. Spencer! Es gibt über 5000 Spencer Hill-Fangruppen. Nach 30 Jahren eine unglaubliche Resonanz. Ich habe jeden Film als Kind gesehen. Aber Spencer persönlich treffend ist schon eine Art Lebenstraum. Ist einer von den beiden so ein blonder Pfeifenwix mit großen blauen Augen? Und der andere fett und doof und mit dem Gesicht wie ein Gorilla nach einem Verkehrsunfall? Also die beiden haben wir nie gesehen. Wir sind aus Deutschland fast 1000 Kilometer gefahren, um ihn zu finsten. Hallo, Scheißer. Das physical strength ist wirklich großartig. Wir haben zwei Molarien. Wir haben zu laufen, Mann. Wir kommen! Verdammt, wenn einer wie du romantisch wird, kommt mir der Kaffee hoch. Wo? Wo?! Wo? 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 ?